Das ist zwar kein Freitag-Release, aber das will ich mir echt reinziehen. Da hab ich die ganze Zeit drauf gewartet, Digga. Alter, es geht 13 Minuten, du. Boah, Mann, Alter, jetzt bin ich schon drin. Hättest du jetzt gewusst, wär ich da gar nicht reingegangen, Digga. Ey, okay, wir ziehen uns jetzt wieder rein jetzt. Reportagen, Digga. Du siffiges Maul, ich hoffe, bei dir ist alles Palette. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, was aber nichts daran ändert, dass ich dein Herz küsse. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Distract 2. Ich darf jetzt die Töne nicht zu groß spucken und hier irgendwie ihm Grüße raushauen, weil am Ende werd ich gedisst. Obwohl, das hätt ich schon bestimmt mitbekommen. Das hätt ich schon bestimmt mitbekommen, so, ne? Rein da. 2019. Das war der... Ach so, ich bin kein YouTube-Kiddy und wenn ich hier die ein oder andere Zeile nicht verstehe, was 100% vorkommen wird, ne, dann nehmt mir das nicht übel und wenn ihr mir es doch übel nehmt, dann fickt euch in der Hals, ne? Ihr könnt mich dann gerne aufklären. Ähm, yes, yo. Hier schreibt schon der Erste, glaub du wirst nicht viel verstehen. Okay, also da wird es 100% so vorkommen, so, weil wirklich so, ich kenne vielleicht vier YouTuber, so. Hier schreibt Legende. Hä? Ich lese alles danach vor. Reportage-Nartillerie. Kommt noch mal ein Diss-Track, sag niemals nie. Okay, sag niemals nie, dann starten wir rein. Okay, feeling wird auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Okay, ganz kurz. Ich mag das nicht so, wenn direkt auf die Eins... Dabba, 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 dabba! Ich bin einfach ein Freund von so... Ich mag andere Einstiege mehr. Das muss ich mir gerade nochmal geben. Okay, angeschaut, aufgestaut und jeder reißt seinen Maul auf. Sind jetzt erstmal wieder nicht so geile Reime vom Flow und von der Betonung. Ist es bis auf den Einstieg natürlich komplett wieder mächtig. Also ich kenne wirklich, muss ich sagen, wenige Leute, die irgendwie... Doch, es gibt schon natürlich viele Rapper, die eine sehr, sehr außergewöhnliche und herausstechende Stimme haben. Reportagen zählt aber auf jeden Fall dazu in meiner Welt. Weg gewesen, habt mir alles angeschaut. Die Wut hat sich so angestaut, denn jeder reißt seinen Maul auf. Der alte Reportage, dann kommt doch, bring mal wieder Pfeffer in den Laden. So wie Ankerkraut. Ich hab gedacht, ich seh nicht richtig, alle sind am... Ey, das ist auch wieder voll krass, wie er die Reime hier setzt, Digga. Das ist, das ist, vielleicht klingt das für den einen oder anderen ein bisschen Wirrwarr da, wo er die Reime setzt. Aber das ist auf jeden Fall professionell, Digga, und nice. Reportage, dann kommt doch, bring mal wieder Pfeffer in den Laden. So wie Ankerkraut. Ich hab gedacht, ich seh nicht richtig, alle... Ankerkraut ist ja eine Gewürzehersteller, Marc. Ist das richtig? Er bringt Pfeffer in den Laden, so wie Ankerkraut. Reportage, dann kommt doch, bring mal wieder... Aber das ist auch nice, dass er das angeschaut, den Reim kickt. Hat sich viel aufgestaut, weiß ich nicht. Er hat sich lang angeschaut. In der ersten Seite bringt er diesen Reim und dann bringt er ihn an der vierten Stelle wieder. An der Stelle, wo man sie eigentlich gar nicht erwartet. Aber das ist ein sehr wirrwarriges Reimschema und ein sehr wirrwarriger Flow, aber trotzdem nice. Aber keiner greift die Assis an, ich fresse euch wie Hannibal. Aber keiner greift die Assis an, ich fresse euch wie Hannibal. Gut, aber ich will ja no front oder so, aber mit einer Maske lässt sich auch durchaus leichte Assis angreifen. Also hätte ich beispielsweise, würde ich seit Jahren mit einer Maske rappen, dann hätte ich gar nicht gestern so diesen Traratrum gemacht. Ihr habt das ja in meiner Insta-Story vielleicht mitbekommen, dass ich da ein Disstrack geschrieben habe gegen jemanden, bei dem ich nicht sicher bin, wenn ich den Disstrack raushaue, ob er dann nicht vielleicht mit irgendwelchen Leuten vor meiner Haustür wartet. Und hätte ich eine Maske auf, wäre das vielleicht alles ein bisschen einfacher für mich. Ja, ihr seid so Pussy, ihr teilt euch eine Nagelfeile, rasiert euch die Schambereite. Gegenseitig bin euch überlegen in jeglicher Art und Lebensweise, nimmst du mich... Gegenseitig bin euch überlegen in jeglicher Art und Lebensweise. Gegenseitig bin ich überlegen in jeglicher Art und Lebensweise. Nice. Lehrer, seht euch die Schambereite. Gegenseitig bin euch überlegen in jeglicher Art und Lebensweise. Nimmst du mich, dann wirst du in jeglicher Art und Lebensweise nicht mehr überleben. Alle sind sich nur am biefen, keiner reicht sich mehr die Hände. Ich bin wie der Rote Shank, um den Krieg hier zu beenden. Das ist halt so krass, wie er rappt, ich glaube mir, oder ich glaube, wenn ich so rappen würde, oder vielleicht sogar er, wenn der einen, der rappt vier Zeilen, danach muss der doch einen Hustenanfall kriegen, weil er die ganze Zeit so am Limit fährt. Ich könnte es keine zwei Zeilen machen, ohne hier zu... ...zu beenden, ohne Waffen und Gewalt. Ich mach aus der Plattform Madonna und schlachte sie halal. Lass die Gemeinde auf Fake-Fotzen los. Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Geil. Ich geh auf Fake-Fotzen los. Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Ich geh mit Messer auf dein Kopf los. Danach bist du kopflos. Was ist mit deinem Kopf los? Du bist deinen Kopf los. Such deinen Kopf los. Und wenn du ihn nicht findest, dann kauf dir auf dem Jahrmarkt deinen Kopf los. Bitch, wake up. Denk, um den Krieg hier zu beenden, ohne Waffen und Gewalt. Ich mach aus der Plattform Madonna und schlachte sie halal. Lass die Gemeinde auf Fake-Fotzen los. Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Wie viele Spieler auf Insta sind noch... Was? Fake-Fotzen los. Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Wie viele Spieler auf... Was? Was auf Insta? Ich verstehe es leider akustisch nicht, Digga. Gewinnspieler, achso. Ist leider sehr undeutlich gerappt, muss ich sagen. Ja, guck. Also die meisten sagen Gewinnspieler, aber manchmal sagen auch hier immer Leute Hütchenspiele. Ist leider nicht so deutlich gerappt. Ich hätte das so lange gerappt, bis es perfekt wäre. Okay, jetzt verstehe ich es aber auch. Ah, nice, okay. Gewinnspieler auf Insta sind auch nerviger als Dagi Bee und jeder macht Urlaub in der Pandemie. Ist eigentlich auch nice. In einer Pandemie, Jesse riecht nach Schweinesteak, die Lunge wie ein Leitathlet mit der Gemeinde. Ficken, ist nicht lustig, wie ihr wife Adley. Sheeran ist nicht echt, weil sie selber keine Texte schreibt. Ihre Baby... Ficken, ist nicht lustig, wie ihr wife Adley. Sheeran ist nicht echt, weil sie selber keine Texte schreibt. Ihre Babystimme ist höher als sie von Maxi feiert. Jede Line ist Actionreich, wie die Filme von Wesley Snipes. Leon stellt sich Maddos in den Arsch und trägt am Pepsi Light. Ich bin wieder... Hat er das gemacht? Hat er das... Nein, hat er natürlich nicht gemacht. Die Zeile ist gut, Digga. Die Zeile ist lustig, Digga. Ja, ich steck dich Maddos in den Arsch und trägt Pepsi Light. Die ist lustig, Digga. Ist es dieser Spasti, der da, ähm, der, ähm, dieses Corona-Ding gefaked hat, der gesagt hat, Junge, äh, ein Junge hat Corona und sein letzter Wunsch, bevor er stirbt, ist es noch einmal mit mir Fortnite zu zocken. Ist das dieser Spasti? Digga, Digga, Digga. Stimme ist wahnsinnig anstrengend, schreibt Merlin. Äh, vielleicht, vielleicht hast du noch nicht so viel von Reportagen gehört oder so. Also ich finde sie relativ normal, aber ich kann es auch verstehen, also vielleicht ist sie wirklich ein Tick, blablabla, mehr als sonst. Äh, auf Dauer ist es bestimmt, könnte das anstrengend wirken, aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin echt Fan von seiner Stimme. Alter, was geht ab in deinem Hohlen hören, Fan will mit mir spielen, weil der Junge an Corona stirbt. Habe sehr viel nachzuholen, dass der Schnee von gestern ist, als wirklich deine Freundin oder spielt das deine Schwester. Würde mich nicht wundern, bei dir zählen nur die Klicks, auch mit Tränen auf den Bildern, Digga, hast du keinen Drip. Du fühlst dich ziemlich... Nice. Bei dir zählen nur die Clips, bei dir zählen nur die Klicks, auch mit Tränen auf deinen Bildern hast du... Fehlt es dir an Drip, ist nice. Ich wundern, bei dir zählen nur die Klicks, auch mit Tränen auf den Bildern, Digga, hast du keinen Drip. Ah, schade, guck mal, ich hab die Zeile gerade falsch wiedergegeben, weil ich auf den Reim gepolt war. Bei dir zählen nur die Clips. Zählen nur die Klicks, auch mit Tränen auf den Bildern. Fehlt es dir an Drip, wäre eigentlich der bessere Reim gewesen. Ich finde, Reportagen, so reimtechnisch gesehen, hat er für mich so jetzt bis nach 2 Minuten 30 fast schon wieder so einen Step Back gemacht. Also die ersten Tracks von ihm fand ich auch, natürlich immer krass gerappt, aber damals waren auch so die Reime, die echt nicht so tight waren, irgendwie nicht so, wie ich sie zumindest als tight empfinde. Und dann war er irgendwann ziemlich heftig unterwegs mit guten Reimen, auch substantiv Reimen, mehrsilbig, blabblubblub. Und die sind jetzt hier so ein bisschen auf der Strecke geblieben, wie Bremsstreifen, wenn du mich fragst. Würde mich nicht wundern, bei dir zählen nur die Klicks, auch mit Tränen auf den Bildern, Digga, hast du keinen Drip. Du fühlst dich ziemlich cool, denn du trägst Eis an deinen Gliedern, wenn man deinen Namen googelt, dann komm, Import, Export. Das passt ja zu der Scheiße, die du lieferst, ich zerficke dich, du niemand. Deine Lügen und Skandale mehr als grenzenlos und deine K-Community ist jünger als ein Embryo. Bin immer noch an Tatschen, Bilbelucci Entertainment. Dieser Hurensohn, der Katzen killt, macht mich aggressiv. Keiner ist mehr kreativ. Nur Reaction oder Memes. Dieser Hurensohn, der Katzen killt, das habe ich auch so beiläufig ein bisschen mitbekommen. Aber ich weiß nicht genau, da gab es schon mal einen Hurensohn, der Katzen gekillt hat, Digga. Und über einen Hurensohn, der Katzen gekillt hat, gab es sogar schon mal eine Netflix-Serie. Aber das ist, glaube ich, nicht der, den er meint. Oder? Digga, du bist ziemlich leise im Vergleich zu dem Video. Okay. Sehr anstrengend zuzuhören, der macht keinen Punkt. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das sage ich ja öfter bei so Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatats Das ich mir irgendwann so für den Zuhörer Und für den Konsument des Songs Mal so ne Pause wünsche Mal so ne Break kurz Einfach mal so Weil man kommt gar nicht Also es ist schwer mit zu kommen so Don't fuck with cats Genau diesen Bastard meine ich Das war auch krank auf Netflix Wir schreiben grad welche mit Katze Meint er Mois Glaub ich net Also glaub ich einfach net Weil es gab diesen einen oder es gab auch diese Leute, die waren irgendwie live und im Hintergrund hat man die ganze Zeit gehört, es waren zwei Leute und es war nur einer vor der Cam und man hat während der eine vor der Cam war irgendwie im Hintergrund gehört, wie die ganze Zeit so ein Hund jault irgendwie so, jetzt hätten die den getötet und dann kam er auch raus, die haben den irgendwie voll gequält oder so Das ist krass, Digga Wenn Marcel einmal niezt, fließt die Elbe durch den Kiez das ist eine richtig gute Zeile, Digga das ist, glaube ich, bis jetzt die beste Punchline, Digga Ist nur scharfer Dip von meinen Nacho-Chips Der Reim gefällt mir, weil er auch sehr gut im Kontext steht Nacho-Chips Für die ganzen Leute da draußen bin ich ein Superheld und muss Olli essen kommen Oh, nice, jetzt fühle ich, dass er da ist Caesar äh, 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 mit das Bild Für die ganzen Leute da draußen Grüße gehen raus, my friend, natürlich Bin ich ein Superheld und muss Olli essen War das überhaupt Caesar? Komm, dann hört er seine Mutter bellen Jetzt wird es also Muss Olli, muss Olli essen kommen, hört er seine Mutter bellen Ist es jetzt wieder gegen Yo Olli oder was? Das war, glaube ich, ganz bestimmt auch eine gute Punchline Check ich aber leider null Bis er schreit via News Time bei Karaoke Ich diss euch alle und verkauf es als Mixtape Geht Bonny zum Friseur, macht sie die Zeit denn auf Clickbait Oh, ich bin kein Fan von eurem ekelhaften Business Oh, nice, da zieh ich die Reportagenbrille auch Die hier liegt, als hätt ich da was geplant Ja, können wir so weiterarbeiten Ja, das ist ein nicer Trip, my friend Oh, ich bin kein Fan von eurem ekelhaften Business Schieß Marcel ein Selfie, sieht's aus wie ein Dickpick Dein Mann macht den Pops und Schieß Marcel ein Selfie, sieht's aus wie ein Dickpick Dein Mann macht den Pops und Für die Mädchen auf TikTok und ich zerficke im Lockdown Ein Element so wie Stickstoff Oh, yeah, Reportagen in den Charts Er kriegt Monta einen Part Oder Trimax ist Salat Oder Axel kann Spagat Ja, ich disse mich auch Oh, der Axel kann Spagat Digga, digga, digga Mahlzeit! Keinem Part oder Trimax ist Salat Oder Axel kann Spagat Ja, ich disse mich auch Das ist aber, warte, sorry Ich bin Monta einen Part Wie Stickstoff Oh, yeah, Reportagen in den Charts Er kriegt Monta einen Reportagen in den Charts Er kriegt Monta einen Bart Oder Trimax ist Salat Oder Axel macht Spagat Das ist eigentlich nice Im Part oder Trimax ist Salat Oder Axel kann Spagat Ja, ich disse mich auch selbst Sowas nenn mal Rose Yourself Ich bin nicht von dieser Welt Hm, was für ein Beat Switch Komm, baby, dip it low Kein Dissenshin Dip it low Dip, 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 dip it low Wie Christina Shit, this flow Is cold wie der Winter Ha! 3 Uhr nachts Nachbarn am Schlafen Der Sub-Buzz lässt die ganze Straße erwachen Snapchat TikTok Insta House Love bad bitches That's my fucking problem Kendrick Drake Rocky Chains Du siehst aus wie das Twitch-Emoat Du siehst aus wie das Twitch-Emoat Ich komm, baby, dip it low Kein Dissenshin Die doch Du siehst aus wie das Twitch-Emoat Das ist eigentlich geil Wobei ich das jetzt nicht finde Der ist dreimal fetter Aber gut Im Prinzip ist eine lustige Zeile Du ein fick Corona Ich hab eh nix zu tun Meine Lunge hat mehr Volumen Als so ein Ditschere-Dude YouTube Germany Das Jahr hat gerade es angefangen Und ich denk mir noch Pass, Bruder Ich denk mir noch Pass, Bruder Nice, es kam unerwartet Ich bin noch gar nicht auf seine Ad-Labs eingegangen Die er zu Genüge an den Tag legt Er haut immer diese geilen Ad-Labs raus Oder diese Elemente Die so unerwartet kommen Mit denen man nicht rechnet Und das war eigentlich genau so Ein Moment hier Nee, das Jahr hat gerade es angefangen Und ich denk mir noch Pass, Bruder Ich denk mir noch Pass, Bruder YouTube Germany Noch immer als letztes Jahr Und ich denk mir noch Pass, Bruder Ich denk mir noch Pass, Bruder Ah, Frau Kunze gibt sich extravagant Und Nice, ich feiere den Track 100 Mal mehr als den ersten Muss ich direkt sagen Das ist für mich Das ist einfach so vom Hörgenuss Wäre ich voll in dieser YouTube-Welt Und wäre jeden Tag 24-7 Auf YouTube Und würde jeden Rapper Jeden YouTuber Den er da angegriffen hätte Kennen Und ausführlich verfolgt haben Und würde jede Zeile Verstehen Wäre vielleicht für mich auch Das erste richtig geil Aber War es jetzt nicht so Auch von der Art Wie er gerappt hat War das natürlich auf einem gewohnt Hohen Niveau von Reportagen Aber was auch gerade Die Reime angeht War das wieder nicht so nice Und die Stimme war da schon Eher anstrengend Hier find ich's komplett nice, Digga Ich denk mir noch Pass, Bruder Extravagant 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 Okay, das fand ich eher wack Aber war lustig Ist lustig gemeint Aber Also ist lustig Aber der Cringe-Faktor Ist da irgendwie ein bisschen höher Als das Lustige Die Liste ist lang Länger als der Schwanz Deiner Mann Okay Schemail Schreib mir doch mal ne Schemail Ich mag seine Stimme da sehr Das gibt mir irgendwie Ich will nicht immer sagen Yin-Yang-Twins-Vibes Weil so ist es nicht Yin-Yang-Twins würden viel mehr rumschreien Affengeräusche im Hintergrund Als Ad-Lips machen Aber ich mag seine Stimmlage hier sehr Wirkt es eigentlich arg lächerlich Wenn ich hier so sitze Ich muss sagen Ich fühle mich irgendwie total entspannt Weil meine Augen Sich nicht permanent Mit dem hellen Licht da oben Konfrontieren müssen Auseinander Ihr seid keine Gegner Ihr könnt ja auswanderen Bitch Wie wär's mit Madeira Wie wär's mit Madeira Promi-Flash Noch schlimmer als Bonny-Trash Stimme eure Redaktion Mal schauen wie euch dein Motti schmeckt YouTube Germany Das Jahr gerade ist angefangen Und ich denk mir nur Pass, Bruder Ich denk mir nur Pass, Bruder YouTube Germany Noch dimmer als letztes Jahr Und ich denk mir nur Pass, Bruder Ich denk mir nur Pass, Bruder Ich mag die Hupen Okay, beim Beat-Switch Zieh mir die Sonnenbrille wieder aus Lass uns über Finanzen reden Du weißt du Ich hab mehrere Konten Auf denen liegt das Geld Aber Millionen Ich hab keine Milliarde Aber Millionen Wie klingt das für sie Wie klingt das für sie Kennt ihr diese Leute Die über euch reden Und immer diese So auf ihre Auf Auf ihre Brille Weißen Rein da jetzt Komm Okay, es geht wieder vorne Dieser Fretzer Wird auch ganze Zeit Noch so gebrabt Jetzt kann er dann nach vorne Mal was Positives Zwischen Filter und Corona Warum ist das hier eigentlich laut Boah, das ist eine nice Zeile Der FIFA-Cag Ey, das ist ja okay Das ist ja FIFA-Gaming Hier, dieses Digga FIFA-Gaming Ist nicht mehr zu dissen Digga Der braucht ganz dringend Zwei Männer Die ihn unerwartet Mit weißem Kittel Aus seinem Zimmer Raus In den Transporter Und ab in die Klinik Tür zu Und drei Wochen Kopfwäsche Digga Also dem ist wirklich Nicht mehr zu helfen Dem FIFA-Cag Aber ich drehe dir Gegen deinen Kopf Und deine Sneaker-Head Finde ich eigentlich Richtig nice Finde ich richtig nice Das finde ich Wirklich nice Ähm Du sagst du handelst Immer nach Verstand Aber hast du da Merchandise von FIFA-Gaming an Da muss ich aber los Digga Geil Das ist weiter FIFA-Gaming Das verstehe ich Weil FIFA-Gaming Sag ich euch ganz ehrlich Ich will Überhaupt Digga Ich will Wirklich so Wenn du mich fragst Digga FIFA-Gaming Ich mein es todernst Und ich verspreche dir Solltest du dich bei mir melden Ich haue es nicht in die Öffentlichkeit Wenn du Hilfe brauchst Meld dich bei mir Ich würde dir am liebsten helfen Ich mein es total ernst Digga Du siehst ungesund Ausgelaugt Depressiv Und fertig aus Und jeder erkennt Dass du seelisch am Ende bist Such dir Hilfe Das ist wirklich mein Rat So ne Das ist mein erster Rat Und ich würde dir Wirklich gerne helfen Das was du tust Treibt dich in den Ruin Digga Und noch weiter rein Und deine Musik Ist das i-Tüpfelchen Ist das i-Tüpfelchen Du machst das alles Immer nur noch schlimmer Also melde dich gerne bei mir Ich will auch nicht sagen So dass du mich unterhältst Mit deiner Art Aber traurigerweise Ist es so Also du hast wirklich Bei mir mittlerweile So weit geschafft Dass du so am Abgrund bist Dass ich mir deine Videos reinziehe Weil es mich auf irgendeine Art Und Weise interessiert Wie man sich selber zerstören kann Das ist für mich fast Wie so ein Selbstexperiment Und für mich ist das Mich macht es teilweise auch aggressiv Aber im Umkehrschluss suche ich dann auch Diese Konfrontation mit seinem Content Und ziehe mir das wirklich rein Und betrachte sie mit reiner Fassungslosigkeit Digga Ich betrachte sie mit reiner Fassungslosigkeit Ich kann das nicht verstehen Wie man sich so immer weiter In die Scheiße reinreiten kann Lange Rede Kurzer Sinne Ist womöglich der erste YouTuber Den Reportagen der Disst Zu dem ich wirklich was sagen kann Weil ich FIFA Gaming kenne Und weil ich ihm auf Spotify folge Und jedes seiner Lieder Auf Dauerschleife laufen lasse Weil das für mich Kunst ist Madeira, Madeira Komm, mach doch mal ein Lied Über Madeira, FIFA Gaming Das wäre doch geil Du warst ja gefühlt in deinen Liedern Schon bei jedem Urlaubsort Auf der ganzen Welt Madeira ist aber ausgeblieben Warum eigentlich? Du bist von Young Alpha Oh, das ist aber ein Hard Oh, das ist ein Hard Oh, 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 oh Das ist ein Hard-Tadist Digga Du bist von Young Alpha Die Wish-Version Das ist heftig Digga Hat die das gemacht? Fotze Hat die das gemacht? Hat die das gemacht? Hat die ein Video mit einem Junge, wie kann man sowas machen? Erklär mir das bitte mal Erklär mir das bitte mal Wie man so Ey, ey, das ist wirklich so Da bin ich Da will ich das wirklich so Das ist, weißt du Wenn manche Leute sich so Nicht so mit YouTube auskennen So beispielsweise jetzt Mein Steuerberater oder so Obwohl der kennt sich relativ gut aus Und der Der fragt mich so halt Oder der weiß jetzt Dass ich YouTube mache, ne Und der guckt aber da vorne Der sieht Der denkt, YouTube ist so eine Drecksplattform Wo sich entweder Leute Wie FIFA Gaming selbst zerstören Und schlechte Musik hochladen Und jede Woche eine Ansage Eine Pseudo-Ansage An irgendwelche anderen Größen YouTuber machen Damit sie die in den Titel schreiben können Oder YouTube ist eine Plattform Wo Leute Videos mit toten Oktopussen Äh, äh, machen Und dann denkt er Wenn ich ihm sage Ich mache YouTube Dass ich genau so ein Opfer bin Dann tut mir das weh, Digga Aber Oktopoden Apropos Oktopus Kann ich euch allen ans Herz legen Hat mich sehr berührt Real Talk Sehr berührt Und fand ich sehr spannend Ähm Mein Lehrer Der Krake Auf Netflix Ist ein Mensch Der Eine Beziehung Zu einem Oktopus Ähm Aufbaut Ist wirklich krass Also ich hab das irgendwann mal Wollte ich Mittagsschlaf machen Dachte mich Ich will irgendwas doodeln lassen Wo ich nicht so viel hingucke Wo ich nebenbei einschlafe Was mich nicht so interessiert jetzt Und mich hat's Real Talk gefesselt, Digga Fand ich nice Katja ist Okay, Katja ist Okay, wer ich mit dir befreundet Hätte sie einen Fake Friend Ne, andersrum Wer ich mit dir befreundet Hätte Achso, hätte er einen Fake Friend Jeder Lappin bringt heutzutage In der Albumbox Wenn ich dich mit dein Album box Dann hast du eine Album box Und du willst einen Ratschlag Wenn ich dich vom Rat schlag Dann machst du einen Ratschlag Jeder Lappin bringt heutzutage In der Album box Wenn ich dich mit dein Album box Dann hast du eine Album box Cash Was du machst mit deiner Album box Mach ich digital mit einer EP Am Tag 10 Mal, Digga Zungenbrecher Alle deutsche Rapper 10 Mal, Digga Jetzt kommt ein Zungenbrecher Oder sollst du da ein Zungenbrecher dabei haben Aber nicer Flex eigentlich Den er hier gerade an den Tag link Mit seinen Insta Äh, mit seinen Spotty-Klicks Album box Mach ich digital mit ner EP Am Tag 10 Mal, Digga Zungenbrecher Alle deutsche Rapper Hören sich an wie eine Chor Gruppe nebenbei Lektiel an die Sahne Aus einer Ohrmuschel Fick dich YouTube Germany Hier hast du deine Antwort Axel Vossen Jung War damals so wie Philipp Amthor Stürme Szene Als würd ich ne Razzia starten Und auf Entspann Können ich mir über Ratt Ne Nackenmassage Aber ohne Hell Für dich ne Razzia starten Und auf Entspann Können ich mir über Ratt Ne Nackenmassage Versteh ich leider nicht Aber ohne Happy End Genau wie dieser Diss Track Ich lach so oft über euch Ich krieg ja fast ein Sixpack Karl S, trainier mich bitte Kappa Es wird mal wie Karl S, trainier mich bitte So oft über euch Ich krieg ja fast ein Sixpack Karl S, trainier mich bitte Kappa Das war auch wieder Nice gerappt Aber ziemlich anstrengend Auch die Stimme Sehr übersteuert Und er untermalt ihn Die ganze Zeit noch Mit so einer Mit der dauerhaften Double Vocal Die im Hintergrund Stattfindet Und das Ganze noch untermalt Ist natürlich Geschmackssache Ich bin auf jeden Fall Reportagen Fan Weil ich Weil ich mit seiner Stimme Unglaublich viel anfangen kann Und ich finde Er macht sehr Sehr Unerwartete Geile Dinge Gerade diese Kranken Adlips Und so Diese schönen Diese schönen Einschläge in seinen Parts Die unerwartet kommen Feier ich Er kann sehr krass Mit seiner Stimme umgehen Ich finde aber In dem ersten Teil Von dem Song Und in dem dritten Teil Übertreibt das mir Ein bisschen zu Too much Auch diese Auch wenn er das oft tut Diese Flows aneinander So knallen So ohne dem Hörer Pausen zu geben Ist das hier So für mich So ein bisschen too much Es wird mal wieder Zeit Dass ich Fazit Mit deinem Partzeilen Kille Machst du jetzt Auf Superstar Mit peinlicher Designer Brille Nenn dich wie dein Bruder Du Schwätzer Deinen Track Hörst du dich haben Wie Alexa Oder Kugel Übersetzer So Diese Spielereien Ich mag das Kugel Übersetzer Bei der Stimme Muss ich mittlerweile Aber irgendwie Immer an SSIO denken Ja Bruder Du Schwätzer Deinen Track Hörst du dich haben Wie Alexa Oder Kugel Übersetzer So viele Effekte Auf der Stimme Ich krieg auch nen Krebs Dann mach lieber Klickbait Das hat Simon Die hab vorgelebt Kann nicht mehr verlieren Bitch Ich hab schon gewonnen Ich folg den Zwillingen In den Tor Und frag Erkennt ihr den Song Will mein Scher Nicht mehr verlieren Bitch Ich hab schon gewonnen Ich folg den Zwillingen In den Tor Und frag Erkennt ihr den Song Was hat er gegen die Was hat er gegen Worldwide Wohnzimmer Hat er was gegen die Weil ich find die Eigentlich ziemlich nice Ich kenn auch das Format Erkennt ihr den Song Gar nichts Gebt die Kohle her Dammt nochmal Ich lese alles danach vor Will mein Channel Magelösch Folgt mir auf Twitch Oder Insta Denn auf diesem Beat Wird heute mehr gefickt Als auf Tinder Ah Das ist gut Twitch oder Insta Denn auf diesem Beat Wird heute mehr gefickt Als auf Tinder Ist ne nice Zeile Und dann auch das Adlib Im Hintergrund Ah Ah Magelösch Folgt mir auf Twitch Oder Insta Denn auf diesem Beat Wird heute mehr gefickt Ich zerstöre euch Ohne dass ich mich anstrenge Nehme eure Ehre Lege sie in Bibis Wandschränke Die Vorfahren vom Pentament Von der Gattung Langhälse Seh ich Bonny auf der Oh Wandschränke Auf Langhälse Nice Lege sie in Bibis Wandschränke Die Vorfahren vom Pentament Von der Gattung Langhälse Seh ich Bonny Auf der Straße Zieh ich nicht die Handbremse Spotty verläuft bei mir Ich kann mir nicht beschweren Wenn bei euch nicht mehr läuft Könnte ich euch noch ernähren Unsympathisch Schöner Flex Ich kann mich nicht beschweren Wenn bei euch nicht mehr läuft Könnte ich euch noch ernähren Ich kann mich nicht beschweren Wenn bei euch nicht mehr läuft Könnte ich euch noch ernähren Unsympathisch rappt jetzt Ich verprügel den Lauf Und danach mach ich diesen Trimax Gemüseauflauf Ich ohne Maske ist die Sorry verstehe ich einen Schlavik ohne Artilette in Allah War weh Ich ohne Maske ist die Schlavik ohne Artilette in Allah Sie sind zurück Ich fühl mich wie beim Klassentreffen Schaut euch den raus an Slavik Das ist sehr lustig Dicke Ich ohne Maske ist wie Slavik Oder Artiletten Das ist sehr lustig Dicke Das ist sehr lustig Dicke Ich geb euch Erdkugelverbot Jedes Jahr ein großer Diss Ich geb euch Erdkugelverbot Mach bin okay wenn ihr seid unter mein Niveau Ich geb euch Erdkugelverbot Jedes Jahr ein großer Diss Das ist ab heut ne Tradition Jetzt wieder was entspannteres Dada-dada Dada Jodal advisor sie da. Und wir summen ein Lied und das geht so. Und wir summen ein Lied und das geht so. Da 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 da. Entspannt ist das nicht. Hey, yo, Victoria Sarina. Hier spricht ein Hörbuch für Bibi und Tina. Seitdem ihr das macht, hör ich Bibi und Tina. Zu meinen Schlafen nie wieder. Reportagen darf keiner sehen. Denn er hatte eine Nasen-OP, so wie Katja K. oder Aschgobar. Das ist ganz normal, also hate it nicht. Das ist wieder richtig nice. Das ist wieder richtig, richtig nice. Also für mich, der hat immer so, er rappt ja immer auf einem hohen Niveau, sag ich mal. Aber der hat manchmal so diese Stellen, die stechen für mich einfach raus. Zu meinen Schlafen nie wieder. Reportagen darf keiner sehen. Denn er hatte eine Nasen-OP, so wie Katja K. oder Aschgobar. Das ist ganz normal, also hate it nicht. Sky-K. Nasen-OP, so wie Aschgobar oder Katja K. Das ist ganz normal, also hate it nicht. Das ist halt saustark gerappt irgendwie, wenn du mich fragst. Auch die Reime und so. Das ist ganz normal, also hate it nicht. Sky-K. ist nicht mehr korpulent. Dank meinem Siss sieht er aus wie ein Sportstudent. Bin euch lenkt. Nicht. Sky-K. ist nicht mehr korpulent. Dank meinem Siss. Korpulent auf Sportstudent auf mega fetter Reim, Digga. Skobar. Das ist ganz normal, also hate it nicht. Sky-K. ist nicht mehr korpulent. Dank meinem Siss sieht er aus wie ein Sportstudent. Bin euch lenkt voraus wie von Raffi die Arme. Oder von Sunny die Haare. Raffi. Okay, ich kenne Raffi nicht, aber Raffi die Arme. Das Bild erklärt es. Raffi die Arme. Und darauf zu reiben, Sunny die Haare, finde ich nice. Das finde ich schon wieder nice. Versteht ihr? Das sind Dinge, die stechen für mich raus. Sportstudent. Bin euch lenkt voraus wie von Raffi die Arme. Oder von Sunny die Haare. Oder von Marcel die Nase. Okay, nice, nice, nice. Das ist auch nice. Alles gut im Reimen und alles irgendwie lustige Vergleiche, Digga. Sehr gute Stelle. Er disst, hat er was gegen Trimax? Oder sind das alles nur so Gemüseauflaufvergleiche? Meine Freundin schreibt mir gerade, wir sind zu Hause. Hallo Schatz. Leise, er schläft. Okay, ich wollte gerade brüllen, ob er schläft, aber sie schreibt schon, er schläft. Ne, auch Spaß, okay. Memo. Mit 5 O. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Luka darf nicht in den Club rein. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Zerstör die Schlampen. Sie zerfallen zu Staub. Nur eine Kuh und alle sind die Amelke. Storys auf Insta sind heute nur noch Placements. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Das gefällt mir. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Rage-O-Tagen. Ich reg mich wieder auf. Nur eine Kuh und alle sind die Amelke. Storys auf Insta sind heute nur noch Placements. Apropos Placements. Wie steht es um Ihre Finanzen? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, hohe Geldbeträge anzulegen bei mir? Wie klingt das für Sie? Schreiben Sie mir jetzt eine E-Mail an info-at-jiggy.de. Titel betrefft hohe Geldbeträge. Chicken Wing. Ein dickes Ding. Ich mache meiner Freundin einen Heiratsantrag. Und zum verlobenden Anlass schenke ich ihr einen Zwiebelring. Die Lein war ziemlich in die Länge gezogen. Wie ein Embryohoden. Ähm, Rebecca Wing ist... Oh, Mietze, ich dachte gerade, du kommst hier rein und erzählst mir mal. Immer noch ein großes Thema für meine Tochter. Also ganz von dem Channel wegbringen kann ich sie nicht. Okay, ganz kurz, worum geht es da? Rebecca noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Wird erklärt. Okay. Ich habe sie versucht aufzuklären. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Ähm, dann diese Morddrohungen zum Beispiel bekommen. Oder auch jetzt diese Sachen, diese Horrorsachen. Also meine Tochter kam zu mir und hat gesagt, egal was du machst, Mama, ruf niemals nachts bei elf um die Schälfer. Da hat sie gesagt, ich habe jetzt drei Nächte lang totale Angst gehabt. Aber jetzt muss ich mal mit jemandem darüber reden. Das finde ich schon wieder, das ist eigentlich mit das stärkste, Digga. Das ist für mich der abgeschmeckte Reportage. Und da ist eine Stimme auch. Aber nicht so röhrend wie ein Platzhirsch. Das finde ich richtig nice. Und ich finde auch, dass wir hier rappen und das Ganze aufbaut mega nice. Und die Zeile, bist du abgehoben, weil der Nachname Flügel ist, finde ich auch nice. Auch diese, guck mal, er macht seinen ganzen, er doppelt, glaube ich, seinen kompletten Track. Die Lead-Vocal ist diese aggressive. Und im Hintergrund hat er dann diese ganz ruhige Stimme, wo er das Ganze nochmal so ein bisschen mit einem, ja, einfach unterrappt. Wenn ich dich schon süsse, ey, Becky, ich hab ne Bitte, entblock mich doch mal auf Winzer, entfähr mich von deiner Liste, Mann, ich will dir gar nichts Böses, hey, du bist Rebecca Chicken Wing, gehörst in die Fritteuse, ich will dich doch nur... Ha, okay, ist ne ganz gute Punchline, aber ein bisschen möchte gern Punchline, du bist Chicken Wing, gehörst in die Fritteuse, ja, okay. Deiner Liste, Mann, ich will dir gar nichts Böses, hey, du bist Rebecca Chicken Wing, gehörst in die Fritteuse, ich will dich doch nur erlösen, wir gehen dir weg in der Blöde, bist kein Amphibien-Schützer, doch machst alles für die Kröten. Und warum auch nur erlösen, wir gehen dir weg in der Blöde, bist kein Amphibien-Schützer, doch mach... Du bist kein Amphibien-Schützer, doch machst alles für die Kröten. Das ist ne sau naheliegende Zeile, die aber sehr gut ist und ich frage mich zugleich, ist da noch nie jemand draufgekommen? Die ist aber nice, Alter. Wir gehen dir weg in der Blöde, bist kein Amphibien-Schützer, doch mach... Sie macht Videos okay, aber was macht sie in diesen Videos? Warum haben die so viele Aufrufe? Wird erklärt. Das ist ne nice Zeile. Wobei man muss schon sagen, so gefühlt, wenn Reportagen 100 YouTuber disst, sagt er bei 80 YouTubern, du hast Kinderfans. Das ist irgendwie so ne Angriffsfläche, die so... Summa summarum auf 80% der YouTuber irgendwie scheinbar zutreffen. Ach, sie macht Kindern Angst, okay? Ja, okay, das ist natürlich richtig ekelhaft so. Das Schlimme ist dann, dass die Kinder dann auch trotzdem, sie wollen ja diese Angst haben, die gucken sich dann trotzdem an, weil sie wissen wollen, was da passiert und so, ne? Um diese Videoreihe allein um drei Uhr nach, keiner von deinen kleinen Pimmelfans ist um drei noch wach. Aber sie glaub, in die erfundenen Storys. Rebecca hat keine Hobbys, sie hat den Rumpel mit McDonalds. Du bist der deutsche Plasmonix, wenn du kopierst die Wissensletze, die Bilder, Reaktionen, Ideen und Effekte. Ich find das, auch wenn mich das Thema 0,0 interessiert, diese Rebecca Wing, ne? Finde ich das Feeling, was er hier aufbringen kann, oder er schafft hier ne geile Atmosphäre irgendwie. Das hat für mich gerade so ein Flavor von so nem zerstampfenen District irgendwie. Mitnehmen ist locker 30 Jahre alt, aber mach sein auf Street 16. Und ein kleiner Welper hat ne eigene Playlist, in denen er Kleidung trägt oder Hundefutter bewertet. Süße Welpen kann man melken, ist halt einfaches Money. Schreibt es in die Kommentare, Bitch. Payback for Fluffy. Heute wird YouTube zerstört, so dass jeder es hört, Bitch. Alles 31er. Die Lann ist auch wieder da. Das wird kein schönes Jahr, Bitch. Alles 31er. Das hat so ein American-Pidi-Pablo-Club-Flavor. Auch wieder da. Das wird kein schönes Jahr, Bitch. Alles 31er. Heute wird YouTube zerstört, so dass jeder es hört, Bitch. Alles 31er. Die Lann ist auch wieder da. Das wird kein schönes Jahr, Bitch. Alles 31er. Du schreibst alles in einem Titel, was halt bei der 3... Okay, okay, jetzt kommt wieder Back. Ähm. Es ist schwer zu hören, so über 13 Minuten, sag ich euch ganz ehrlich. Ähm. Es ist auch immer so, es grenzt so ein bisschen an Reizüberflutung. Viele feiern das, ich feiere Reportagen. Aber so auf Dauer ist mir das... Ich kann mir das halt nicht so extrem so geben irgendwie. Da kannst du Steiger fragen. Decker, halt dein Schwindel auf und das hier ist ein Impel-Down. Kinder können nicht mehr schlafen, nur wegen dein Killer-Clowns. Hast keine Community, deine Fans sind nur dick und der. Ich hab 24 Stunden in den Treppenhaus mit nem Paddy-Bear. Wen willst du verarschen? Becky, alles betrucht. Du trägst, dass er an deinen Namen ist schon Schande genug. Nimm auf, ist... Du gehst über Leichen für dein Content, du bist gruppelos. Ich überfahre Becky mit dem Motorrad von Kulebu. Mach eine Therapie, Rebecca, komm schon, lass dir helfen. Du bist ne Beleidigung für alle echten Disney-Helden. Das mit deinen Nachbarn sind nur Lügengeschichten. Offen und ehrlich sind die einzigen, die drüber berichten. Mit deiner Maschig kleine Schüler benutzen. Und es wird Zeit, dass einer kommt, um dir die Flüge zu stutzen. Was ich von dir halte, Becky, wissen alle OGs. Ich mach wieder ne Community und sagst den Emojis. Und sagst den Emojis. Okay, er hat sich sehr jetzt in die Länge gezogen. Alles war teilweise echt anstrengend. Aber Reportagen, Homie, guter Junge, sehr sympathisch. Immer mal Kontakt gehabt. Herzchen gehen raus an Reportagen, Alter. Auch wenn mir die 13 Minuten wirklich zu langweilig stellenweise. Und wenn ich eigentlich nur zwei Dinge richtig gut fand. Und das war der zweite und der vierte Teil dieses Tracks. Und wenn ich euch drei denke, das war die